In der roten Ecke aus Leverkusen, Seyhard Kütze, Seyedner in der Frauenecke vom PC Vogelheim, Seyfallerin Alsaid. Auf dieser Kampfe geht wieder über drei Runden, eine Minute. Ring 2, Runde 1. Ring 2, Runde 1. Ring 2, Runde 1, Runde 1. Ring 2, Runde 1, Runde 1, Runde 1, Runde 1. Ring 2, Runde 1. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.